Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zuse wünsche ich euch. Wir befinden uns siebter Tag Snowdown Aufträge, zweiter Weihnachtstag und da müssen wir in verschiedenen Matches drei Spieler wiederbeleben. Heißt also, das Ganze geht nur in Duo, Team oder Trio. In allen anderen Modi gibt es ja kein Wiederbeleben. Dann schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Geht doch, Matt geht rum zum Heilen, nachher Gott. Ja, ich baue mich hoch, ja. Der bleib hier auch am Start. Da hinten. Ups. Es geht, trau mich gleich, dann mache ich den Quatsch. Es geht. Also wir müssen drei Matches spielen, ne? Drei Matches, ja. So, und von hier jetzt auf den Boden. Jetzt kommt. Ich wollte gerade hinterher springen. Ja, mach nicht zum Quark, oder sind wir beide tot? Dann hol ich mir gleich die Äpfel und die Mat-Kits da hinten. Dann hat jeder das einmal geschafft. Das machen wir jetzt noch in zwei Matches. Ach, wir unterstützen uns gegenseitig, du! Wir haben jetzt nur zweimal geschafft, cool! Ich habe, ja, zweimal. Dann müssen wir nur noch ein Match spielen. Ja. Und einer muss es machen. Du hast einen Rotate, bitte ich will mal. Ach, nein. Oh, komm mal. Komm, ich schätze nicht. Okay. So, ich kann. Deine. Hast du auch was gekriegt? Ja, 72.000. Ich bin 72.000, äh, 62 geworden. Nein. Und die Herausforderung, halt, daraus hast du auch gekriegt? Ja, habe ich. Sehr gut. Mit geht habe ich ja leider keins. Für diese Snowdown-Herausforderung oder Auftrag gab es dann 20.000 EPs und das Hintergrundbild Lebkuchen-Marodeure. Ich sage, danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.